herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe michael will spielen ich bin michael will und das hier das ist bier and bread bier and bread ist ein strategisches kartenspiel rund ums brotbacken und bierbrauen wer hätte das gedacht stammt aus der feder von scott arms wird für zwei spieler ab zehn jahren empfohlen die spieldauer wird mit 30 bis 45 minuten angegeben und erschienen ist das spiel bei pegasus spiele jetzt habe ich ja unser resümee schon ein bisschen verraten weil ich konnte natürlich auch wieder nicht an mich halten wir haben schon ein short gepostet wo ich euch dieses spiel ja schon wärmstens ans herz gelegt habe und schon gesagt habe dass das momentan unser lieblings zwei spieler spiel ist und das stimmt nach wie vor also wir lieben dieses spiel warum wir dieses spiel aber lieben das sage ich euch im resümee am ende unseres videos jetzt erkläre ich euch aber erst mal wie bier and bread gespielt wird in der regelerklärung und zu der wünsche ich euch wie immer viel spaß unsere regelerklärung von bier and bread beginnt natürlich wie immer mit dem aufbau des spiels es ist ein reines zweispielerspiel das heißt mein gegenspieler sitzt mir gegenüber ich sitze hier und was ich euch hier aufgebaut habe ist schon fast das vollständige spiel ich sag's euch gleich mal vorweg ihr müsst natürlich die einzelnen ressourcen hier nicht so akribisch aufbauen wie ich das immer mache ja aber da bin ich halt ein bisschen anders ja also bei mir muss das alles immer schön liegen insofern wundert euch nicht dass hier alles so in reih und glied liegt ich werde euch jetzt auf jeden fall mal erklären wie ihr denn die sachen die ihr aus der schachtel herausholt dann auch ordentlich und schön aufbauen könnt als erstes legt ihr mal den spielplan zwischen euch ab der spielplan ist folgendermaßen aufgebaut also ihr habt hier euch zugewandt immer euren euer dorf dieses dorf besteht aus drei wichtigen komponenten nämlich zum einen habt ihr hier ein lager jedes einzelne jeder einzelne dieser flächen hier oben auf dem dach dieses lagerhauses sind dann später eine lagerfläche dann habt ihr natürlich eine brauerei und ihr habt eine bäckerei das gleiche hat der mitspieler auf der anderen seite auch getrennt eben durch diesen flusslauf was haben wir noch auf dem spielplan wir haben hier unten sogenannte ausbau slots das heißt hier unten werden dann später bestimmte karten runtergesteckt die eben dazu dienen unser dorf eben noch schöner und noch größer und noch effektiver zu machen dann gibt es hier eben noch eine leiste für die verschiedenen jahre hier gibt es die felder mit den zutaten wo wir dann später die zutaten für unser bier und unser brot ernten können hier gibt es natürlich auch noch wasser also der fluss führt natürlich immer wasser dann gibt es hier noch slots für tauschkarten die müsst ihr frei halten denn hier werden später noch karten angelegt und es gibt natürlich einen nachziehstapel das sind die 60 karten die ihr im spiel habt die karten für diesen nachziehstapel die mischt ihr einfach am anfang des spiels mal ordentlich durch und bildet eben einen stapel und legt den eben hier neben den badesee da ist auch ein ganz besonderer platz für den nachziehstapel vorgesehen dann gibt es natürlich noch zutaten wir haben ja auch einen zutaten vorrat für euch schon vorbereitet hier im ersten fach liegt normalerweise wasser aber wasser liegt immer vollständig aus ist ja klar also der fluss der läuft ja nie leer also wasser gibt es als ressource quasi immer die gelben die gelbe ressource das ist weizen die braune ressource ist gerste die orangefarbige ressource ist roggen und die grüne ressource hier drüben es geht ums bierbrauen natürlich auch das ist natürlich dementsprechend der hopfen diesen vorrat den legt ihr natürlich am rande des spielplans irgendwo bereit und zwar idealerweise natürlich so dass ihr beide beide spieler den eben auch gut erreichen können dann habe ich euch auch schon erzählt es gibt hier eben eine leiste wo man die einzelnen jahre mit zählt dafür gibt es auch so einen markern das ist der sogenannte jahresmarker das ist einfach nur so ein weißer zylinder und den legt ihr zu spielbeginn hier auf das erste grüne fällt das symbolisiert quasi dass ihr natürlich in jahr eins mit eurem spiel startet und dann haben wir die basics schon fast vollständig aufgebaut das einzige was wir jetzt noch rauskriegen müssen ist wer wird denn der staatsspieler und da ist tatsächlich die anleitung sehr pragmatisch denn in der anleitung steht wer in der aktionsphase zuerst dran sein möchte der nimmt einfach die windmühle sage ich natürlich hier hier ich möchte das gerne und dann bekomme ich natürlich hier diese windmühle und diese windmühle das ist auch so ein schönes meeple und dieses meeple stelle ich quasi hier vor mir ab das hat später im spiel eine gewisse funktion die ich euch natürlich auch noch erklären werde so bevor wir jetzt die einzelnen zutaten hier noch auslegen mal ein kurzer überblick darüber worum geht es denn in diesem spiel überhaupt also es ist so mein gegenspieler und ich wir spielen zwei dörfer die in einer art freundschaftlichen wettstreit stehen und zwar über sechs jahre hinweg ihr seht schon es gibt hier sechs verschiedene plätze um eben den jahresmarker weiterzuziehen also wir spielen über sechs jahre hinweg diese sechs jahre unterteilen sich in fruchtbare und in trockene jahre fruchtbare sind die die hier grün markiert sind trockene sind die die hier rot markiert sind und dann gilt es natürlich während dieser jahre die aufgaben im dorf eben gut zu planen also zutaten müssen geerntet und eingelagert werden bier und brot müssen produziert werden also gebacken und gebraut werden und dann verkauft werden natürlich weil letztendlich wollen wir ja ein bisschen umsatz machen und die kapazitäten die ich im dorf habe können ausgebaut werden das sind dann genau diese erweiterung slots von denen ich euch am anfang schon erzählt habe und am ende zählt aber tatsächlich in der entwertung für jedes dorf nur die wahren art die weniger münzen eingebracht hat also das ist tatsächlich ein bisschen knifflig denn wenn es einfach nur darum ginge wer mehr hat könnte ja einer sagen ich braue nur bier oder ich pack nur brot aber tatsächlich ist es so er macht am ende eine auswertung das was ihr am meisten verkauft habt oder mit dem ihr am meisten verdient habt das interessiert quasi nicht sondern ihr vergleicht quasi euren platz zwei als beispiel wenn ihr super viel bier gebraut habt dann ist eben das ding was für euch relevant ist das brot und genauso ist es im anderen dorf auch und derjenige der natürlich mit dem zwar mit der zweiterfolgreichsten waren art die meisten münzen verdient hat das wird dann auch der gewinner von bier and bread da sehen wir jetzt wissen worum es eigentlich geht kommen wir mal zum spielablauf das spiel wird in sechs runden gespielt das sind eben genau diese sechs jahre über die wir jetzt schon oft gesprochen haben abwechselnd fruchtbare und trockene jahre die jahre 1 3 und 5 das sind die fruchtbaren und die jahre 2 4 und 6 das sind die trockenen beide jahresarten also sowohl fruchtbare als auch trockene jahre bestehen aus den gleichen vier phasen die werden in jedem jahr eben nur ein bisschen anders gespielt was sind das für vier phasen phase 1 ist die saatphase phase 2 ist die kartenphase dann kommt drittens die aktionsphase und nummer vier ist die mühlenphase und diese vier phasen erkläre ich euch jetzt im fruchtbaren jahr und im trockenen jahr fangen wir an mit dem fruchtbaren jahr wir fangen ja jetzt in runde eins an und ihr seht ja schon das jahr nummer eins ist natürlich ein fruchtbares jahr und in den fruchtbaren jahren ist es so dass ihr als allererstes die saatphase durchführt und die saatphase bedeutet dass ihr als erstes mal so viele zutaten beziehungsweise ressourcen auf eure felder auslegt wie hier auf der linken seite dieses schildes im grünen bereich steht heißt also quasi für uns genauso wie ich es euch hier schon vorbereitet habe es gibt sieben weizen acht mal gerste sechs mal rocken sechs mal hopfen und immer die maximale anzahl von wassertokens die wir eben zur verfügung haben und die habe ich alle hier schön sortiert in diesen fluss gelegt also das erste was ihr macht in der saatphase ist dass ihr eben mal genau die ressourcen auslegt die eben in diesem feld stehen was zu eurem aktuellen jahr hast solltet ihr irgendwann mal im laufe des spiels felder befüllen müssen und ihr habt nicht genug ressourcen weil euer mitspieler zum beispiel meinetwegen die ganze gerste gebunkert hat dann füllt ihr die felder immer nur so weit auf wie ihr eben vorrat in eurem allgemeinen vorrat habt und wenn der allgemeine vorrat alle ist gibt es eben auch nicht mehr gerste oder nicht mehr rocken in diesem jahr dann ist eben das feld von anfang an nicht voll befüllt also ihr legt immer nur das aus was ihr auch tatsächlich zur verfügung habt als nächstes kommt dann die kartenphase und die kartenphase ist auch schnell erklärt denn der spieler mit der windmühle das bin momentan ich der bekommt jetzt fünf karten vom gemischten nachziehstapel also eins zwei drei vier fünf und hier seht ihr schon etwas also ihr könnt an der rückseite der karten schon erkennen ob sich das eben um bier oder um brot handelt das ist auch gewollt und das gehört sich auch so also der spieler mit der mühle bekommt fünf karten zuerst und dann bekommt der spieler der gegenüber sitzt natürlich auch noch fünf handkarten und die restlichen karten werden hier wieder neben dem badesee abgelegt anschließend gibt es dann die aktionsphase das ist der eigentliche kern das herz des spiels und in der aktionsphase wiederholen wir drei schritte bis alle unsere karten ausgespielt sind bedeutet schritt eins ist ich beginne und spiele eine karte aus dann kommt mein mitspieler und spielt auch eine karte aus und dann kommt die dritte aktion dann tauschen wir unsere restlichen karten so dass ich dann die karten meines gegenspielers habe und mein gegenspieler spielt dann eine runde mit meinen karten weiter dann geht es wieder von vorne los dann spielt wieder einer von uns eine karte aus dann später andere eine karte aus und dann werden die karten wieder getauscht und das machen wir so lange bis wir eben alle unsere karten aufgebraucht haben und dann ist tatsächlich diese phase auch zu ende aber jetzt muss ich euch natürlich als allererstes mal zeigen welche aktionen wir denn überhaupt haben wenn wir eine karte ausspielen um euch mal einen kleinen überblick zu geben was wir denn jetzt mit unseren handkarten machen können muss ich euch erst mal generell die anatomie dieser karten vorstellen grundsätzlich ist es so karten die sich um brot drehen haben so einen goldenen orange farbigen hintergrund karten die sich ums bierbraun drehen die haben hier oben so einen blauen himmel als hintergrund grundsätzlich ist der aufbau aller karten gleich die karte ist aufgeteilt in drei verschiedene segmente dieses obere segment hier das ist die information wenn ich etwas wenn ich die karte ausspiele um ressourcen zu ernten dann sind diese symbolen hier oben gefragt der teil der hier in der mitte abgebildet ist das ist der das rezept wenn ich denn brot backen möchte also ihr könnt euch sicher schon vorstellen wenn ich jetzt dieses leckere brot für sagenhafte acht gold backen möchte dann brauche ich eben genau die ressourcen die hier auf der tafel abgebildet sind also drei wasser einen weizen zwei gerste und einen roggen also fast selbsterklärend und der letzte bereich hier unten auf der karte das ist dann jetzt der bereich wenn ich diese karte ausspiele um eben einen ausbau slot um diese karte eben in einen meiner ausbau slots zu schieben also als beispiel das ist jetzt eine karte die würde sich um die ernte drehen das steht auch hier unten drunter sammle am ende der saatphase jedes jahres einen weizen ein das ist dann eben die funktion der karte wenn ich diese karte als ausbau für mein dorf ausspiele also genau wunderbar auch optisch diese dreiteilung mit den drei funktionen die ich eben beim ausspielen meiner karte durchführen kann insgesamt habt ihr ja gerade gesehen teilen sich ja unsere karten in drei verschiedene segmente und diese drei verschiedene segmente sind eben auch genau das was ich machen kann wenn ich eine karte ausspiele jetzt schaue ich mir mal meine karten an und angenommen ich möchte jetzt als erstes erstmal ein paar ressourcen ernten und einlagern wie funktioniert das dann nehme ich eine karte und spiele die hier in meinen allgemeinen in meine allgemeine auslage aus und dann schaue ich mir an welche symbole hier abgebildet sind und wenn ich diese karte so ausspielen würde wie hier dann könnt ihr euch sicher denken dann bekomme ich eben ein wasser eine gerste und einen weizen funktioniert dann folgendermaßen ich nehme mir diese ressourcen hier aus dem fluss beziehungsweise vom jeweiligen feld das heißt ich würde mir ein wasser nehmen und ich muss jede ressource in eins dieser felder auf dem dach meines lagers ablegen heißt also quasi ein wasser eine gerste und ein weizen das wäre quasi das was ich in dieser runde bekommen würde wenn ich denn diese karte ausspiele um eben etwas zu ernten und einzulagern jetzt gibt es aber da noch einen trick den ich euch zeigen muss und zwar wenn ihr jetzt in der nächsten runde wir spulen jetzt einfach mal eine runde weiter wieder ernten möchtet dann nehmt ihr die nächste karte die ihr ausspielen wollt um etwas zu ernten und legt die so in einer reihe unten an dass ihr eben alle ernte symbole immer noch erkennen könnt das ist dann nämlich die sogenannte ernte reihe weil jetzt ist es nämlich so dass ihr euch zwar die unterste zeile anschaut und eben die ressourcen bekommt die in dieser untersten zeile abgebildet sind aber ihr summiert alles auf was hier in dieser ernte reihe nach oben liegt eben in den spalten eurer jeweiligen ressource kompliziert ich sage euch hier am beispiel wenn ihr jetzt diese karte zur ernte spielt dann bekommt ihr grundsätzlich mal gerste und weizen aber eben nicht nur einen von jeder sorte sondern zwei gerste und zwei weizen weil ihr eben zwei gerste und zwei weizen untereinander liegen noch ein beispiel wenn wir jetzt zum beispiel diese karte auch noch in unsere ernte reihe spielen würden schauen wir uns wieder die unterste zeile an das heißt wir bekommen grundsätzlich mal hopfen und gerste aber wir bekommen eben einen hopfen und drei gerste weil eben in unserer ernte reihe schon so viel gerste hier liegt und die wird dann jeweils immer aufsummiert also das sind jetzt mal die basics wie ihr den karten ausspielen könnt um eben ressourcen zu bekommen und die ressourcen die ihr dann bekommt die lagert ihr dann in euer lager ein jetzt kann es natürlich irgendwann im spiel mal passieren dass euer lager voll ist und ihr trotzdem aber eine erntekarte ausspielt oder dass ihr eben zum beispiel nur noch einen platz in eurem lager habt aber so wie ich jetzt hier zum beispiel eben einen hopfen und drei gerste bekommt das heißt ihr erntet zu viel mehr als ihr unterbringen könnt was passiert dann dann ist es so dass ihr tatsächlich alle eure ressourcen die ihr momentan im lager habt kombinieren dürft mit den ressourcen die ihr dazu bekommt und dann eben euer lager vollmacht mit den ressourcen die ihr behalten wollt die ressourcen die ihr nicht behalten könnt weil euch eben der lagerplatz fehlt die bietet ihr dann eure mitspieler an und euer mitspieler darf sich dann tatsächlich an euren ressourcen bedienen achtung solange der mitspieler noch freie plätze in seinem lager hat der mitspieler wenn er von euch diese ressourcen bekommt darf nicht tauschen sondern er darf wirklich nur potenzielle freie plätze noch belegen und was auch der mitspieler nicht verbrauchen kann das geht dann zurück in den allgemeinen vorrat jetzt nehme ich mal meine karten hier wieder in die hand jetzt habe ich euch schon ernte und lagerung erklärt jetzt schauen wir uns mal produktion und verkauf an ihr könnt ja im spiel bier braun oder brot backen ich habe es euch ja gerade schon erklärt wenn ihr brot backen wollt dann braucht ihr eben die ressourcen die hier auf der tafel stehen genauso ist es beim bier braun also wenn ihr denn in eurem vorrat zwei wasser eine gerste und einen weizen habt dann dürft ihr zum beispiel dieses bier braun jetzt gehen wir mal davon aus ich hätte vielleicht diese ressourcen schon also ich nehme mir jetzt hier zum beispiel einfach nur noch mal ein wasser und angenommen ich hätte jetzt tatsächlich zwei wasser eine gerste und ein weizen in meinem vorrat dann dürfte ich ja dieses bier braun was müsste ich dann tun dann würde ich als erstes diese karte mit diesem bier hier offen auf meine brauerei legen dann müsste ich die ressourcen bezahlen die eben das braun dieses biers kostet also ein weizen kommt zurück in den allgemeinen vorrat eine gerste und zwei wasser und sobald ich jetzt tatsächlich die ressourcen bezahlt habe und damit offiziell mein bier gebraut habe wird diese karte umgedreht und bleibt erst mal hier liegen das ist eine ganz wichtige geschichte denn normalerweise dürfen nämlich in eurer brauerei und in eurer bäckerei immer nur maximal eine karte liegen also hier darf nur ein bier und hier darf nur ein brot liegen es gibt später natürlich ausbauten die ihr noch spielen könnt um eben das zu erhöhen aber normalerweise solange eben hier ein bier liegt dürft ihr kein neues bier brauen natürlich habt ihr die möglichkeit diesen platz hier wieder frei zu machen um neues bier zu brauen die aktion heißt ausbau und reinigung die erkläre ich euch als nächstes aber grundsätzlich müsst ihr erstmal wissen dass hier wenn ihr denn keinen ausbau habt nur ein bier und ein brot liegen darf damit haben wir auch schon die aktion produktion und verkauf komplett durchgesprochen so und jetzt gibt es die letzte aktion und die aktion heißt ausbau und reinigung also ich kann euch jetzt mal gucken wir mal was wir haben ich zeige euch mal eine karte die ich auf der hand habe das ist wieder so ein extrem teures brot und wenn wir uns jetzt mal hier unten diesen ausbaubereich anschauen dann heißt der ausbau auf deiner brauerei darf eine weitere bierkarte liegen so wenn ich jetzt diese karte ausspielen möchte wie mache ich das die karte spiele ich aus und gucke mir an welches symbol ist auf der karte suche mir dieses symbol hier in diesen erweiterungsplätzen und schiebe dann diese karte einfach hier unten drunter und zwar so dass ich eben genau diese funktion des ausbaus noch sehen kann und jetzt seht ihr auch genau was ich vorhin gemeint habe also wenn ich diesen ausbau gespielt habe dann darf ich zwei biere gleichzeitig oder zwei gebraute biere gleichzeitig in meiner brauerei liegen haben also diese ausbauten sorgen quasi dafür dass ich zum beispiel mehr karten ausspielen darf grundsätzlich ist es so dass ich so viele ausbauten hier unten dran liegen kann wie ich denn möchte das heißt wenn ich jetzt noch so einen so einen ausbau für meine bäckerei oder für meine brauerei mache schiebe ich die einfach hier unten drunter so dass hier eine richtig lange reihe entstehen kann wenn ich das denn möchte das ist aber noch nicht das letzte die aktion heißt ja ausbau und reinigung was bedeutet jetzt reinigung reinigung heißt jetzt dass ich meine gebrauten biere und meine gebackenen brote aus der bäckerei und der brauerei nehmen darf und einfach hier rechts an die seite legen darf das ist dann letztendlich mein wertungsstapel ich muss die nicht umdrehen das heißt die brote und die biere die liegen die bleiben verdeckt liegen damit der gegenspieler eben wenn er nicht aufgepasst hat nicht weiß wie viele münzen das bier und das brot letztendlich wert ist aber ich muss sie aufgefächert liegen lassen so dass mein gegenspieler zumindest sieht wie viele brote und wie viele biere ich denn schon produziert habe in unserem aktuellen spiel und damit habe ich euch die aktionen tatsächlich schon erklärt dass wir fassen noch mal zusammen habt die möglichkeit zu ernten und zu lagern ihr habt die möglichkeit zu produzieren und zu verkaufen und ihr habt die möglichkeit auszubauen und eine reinigung durchzuführen und für eine dieser aktionen entscheidet ihr euch ihr müsst tatsächlich wenn ihr dran seid eine karte spielen also ihr könnt nicht sagen ihr überspringt diesen schritt sondern ihr müsst eine dieser drei aktionen durchführen dann ist euer gegenspieler dran und macht das gleiche und während der fruchtbaren jahre werden dann eben die karten getauscht das heißt ich hätte jetzt zum beispiel mal hier eine karte gespielt dann wäre jetzt der mitspieler auf der anderen seite dran der hat zum beispiel auch einen ausbau für seine brauerei ja den schiebt ja dann irgendwie hier unten drunter und dann ist er mit seinem zug fertig gibt mir seine karten und ich gebe ihm meine karten dann schaue ich mir seine karten an spiel eine karte aus er spielt eine karte aus und so geht das dann immer hin und her bis wir unsere fünf karten komplett ausgespielt haben und dann am ende dieser phase also quasi wenn wir unsere karten alle los sind dann gibt es eben noch eine vierte phase und die vierte phase das ist die mühlen phase was bedeutet mühlen phase dann guckt man sich an welcher spieler hat weniger zutatenmarker in seinen lagerplätzen liegen denn der spieler der weniger zutaten in seinem lager hat das ist dann nämlich der spieler der dann die windmühle bekommt sollte es einen gleichstand geben also sollten wir beide gleich viele zutaten in unseren lagern liegen haben dann bekommt derjenige die mühle der sie gerade nicht hatte also dann wechselt die mühle quasi einfach ihre seite und damit sind wir dann mit dem fruchtbaren jahr auch fertig jetzt wechselt das spiel in ein trockenes jahr und das zeigt man eben dadurch an dass man eben diesen jahresmarker als erstes mal weiter schiebt und jetzt kommt der clou jetzt muss man natürlich wenn man wieder über die ressourcen redet und die ressourcen verteilt muss man sich natürlich an der rechten seite dieses schildes orientieren das heißt im trockenen jahr gibt es eben nur fünf weizen sollte da noch mehr liegen von der runde vorher wird es trotzdem abgeräumt es gibt auch nur vier gerste also auch hier würden wir dann gerste wieder zurück in den allgemeinen vorrat legen und nur vier bleiben übrig das gleiche gilt auch für den roggen auch da gibt es eben im trockenen jahr nur vier und auch vom hopfen gibt es im trockenen jahr eben nur vier elemente das einzige was es immer ausreichend gibt ist wasser das heißt diese wassermarker leben legen wir eben hier auch wieder hin und jetzt habe ich euch auch gezeigt wie man eben die ressourcen von einem trockenen jahr ausreitet oder auslegt und das ist eben die phase 1 die saatphase dann kommt die kartenphase jetzt gehen wir mal davon aus dass ich hier zum beispiel mal ein paar karten in meiner erntereihe liegen hätte die restlichen karten die haben wir ja alle abgegeben die gibt es ja nicht mehr die haben wir ja schon ausgelegt oder ausgespielt und dann ist es nämlich tatsächlich so dass ich jetzt mir nicht fünf neue karten nehme sondern wir nehmen uns beide als allererstes mal die karten die in unserer ernterei liegen komplett auf die hand mein gegenspieler hätte zum beispiel keine mein gegenspieler hätte vielleicht auch die mühle ich stelle sie immer rüber und dann ist es so der spieler nimmt sich als erstes mal alle karten die potenziellen seinen als erntekarten bei ihm noch ausliegen nimmt er sich auf die hand und dann zieht er vom nachziehstapel auf fünf karten auf also mein mitspieler da drüben hätte zum beispiel keine karten das heißt er würde jetzt einfach fünf neue karten bekommen ich habe drei erntekarten ausgelegt habe das heißt ich bekomme nur zwei aber dann werden tatsächlich hier auf diese plätze die wir ja noch nicht benutzt haben drei tauschkarten ausgelegt also hier kommt eine karte hin hier kommt eine karte hin und hier kommt eine karte hin die kommen direkt vom nachziehstapel was sind das für karten und was sollen die da wenn ihr euch mal hier diese grafiken anschaut dann seht ihr ja schon im fruchtbaren jahr tauschen beide spieler die karten im trockenen jahr tauschen beide spieler die karten nicht damit es aber trotzdem nicht zu langweilig wird gibt es eben hier am rand diese tauschkarten und das bedeutet dass ich jederzeit während dieser runde wenn ich eine karte ausspiele tatsächlich auch diese karte mit einer der drei karten die hier ausliegen tauschen kann also sprich ich nehme eine karte aus meiner hand durch zufall mal die tausche die gegen diese karte aus und die karte die ich jetzt aber eingetauscht habe die muss ich dann wiederum spielen also wir tauschen die karten nicht miteinander sondern wir tauschen die karten eben wenn wir das wollen mit den drei austauschkarten oder mit genauer gesagt mit einer der drei austauschkarten die wir hier ausgelegt haben der grundsätzliche spielablauf ist aber dann natürlich trotzdem immer der gleiche der spieler der die mühle hat spielt die erste karte aus er kann eben karten ausspielen oder eben eine karte tauschen die dann ausspielen dann bin ich wieder dran dann spiele ich eine karte aus oder tausche dann ist der gegenspieler wieder dran und so geht das eben auch wieder hin und her bis wir auch in dieser runde alle unsere karten ausgespielt haben und dann endet die aktionsphase und es gibt wieder eine windmühlenphase wie sieht jetzt die windmühlenphase im trockenen jahr aus auch hier ist es so dass man wieder schaut welcher spieler hat weniger zutatenmarker der der weniger zutatenmarker hat der bekommt die windmühle bei einem gleichstand wechselt die windmühle wieder die seiten als nächstes werden dann die tauschkarten abgeworfen also die tauschkarten hier kommen dann weg auf den ablagestapel potenzielle erntekarten die ich irgendwie ausgespielt habe während meiner runde also zum beispiel sowas die werden eben auch wieder abgegeben also es wird quasi komplett ausgeräumt komplett aufgeräumt und spielkarten haben wir ja zu dem zeitpunkt sowieso keine mehr in der hand weil die spielkarten haben wir ja alle im laufe unserer runde ausgespielt naja und dann sind wir quasi in der schleife dann beginnt quasi das nächste jahr das ist dann wieder ein fruchtbares jahr und es beginnt dann natürlich wieder mit der saatphase und dann werden eben wieder so viele ressourcen ausgelegt wie auf der grünen seite des schildes abgedruckt sind und damit habt ihr schon einen guten überblick über das spiel bekommen also jetzt wisst ihr welche aktionen ihr habt jetzt wisst ihr wie gespielt wird jetzt kennt ihr den unterschied zwischen fruchtbaren und trockenen jahren und jetzt stellen sich natürlich am ende der regelerklärung immer die gleichen zwei fragen wie lange wird das spiel gespielt und wer gewinnt die einfachere frage ist auf jeden fall wie lange wird das spiel gespielt denn ihr wisst ja wir spielen insgesamt sechs jahre lang und sobald dieser marker eben hier hinten auf dieses münz symbol geschoben wird findet eben eine schlusswertung statt und wie die schlusswertung abläuft das erkläre ich euch jetzt die schlusswertung funktioniert folgendermaßen ihr habt ja am ende des spiels hier jede menge bier und brot karten liegen wir schauen uns so eine karte noch mal an das ist jetzt zum beispiel eine bier karte und jede dieser karten hat hier unterhalb von dieser tafel einen wert in münzen und was ihr jetzt macht als ersten schritt in der schlusswertung ist dass ihr mal separat eure brot karten aufsummiert also die münzen zusammenzählt und eure bier karten aufsummiert und da ebenfalls alle münzen zusammenzählt netterweise gibt es ja im spiel auch so einen schönen wertungsblock das ist jetzt das ergebnis als sie das letzte mal mit meiner frau gespielt habe und an dem kann ich euch jetzt ganz gut zeigen wie denn tatsächlich diese wertung funktioniert also ihr seht hier hier gibt es eine spalte für bier ist genau das was ich euch gesagt habe ihr zählt alle eure bier karten zusammen und macht ein schreibt hier die werte rein die ihr eben an münzen verdient habt dann gibt es ja hier einen ausbauslot für wertungsboni die vielleicht am ende des spiels noch zum zukommen für die gibt es hier eine separate zeile also hier kommen dann noch alle boni rein die ihr eventuell durch zusätzliche karten am spielende bekommt und dann bekommt ihr einen wert für euer bier also ich hatte zum beispiel 22 punkte die sandra hatte 29 punkte so das gleiche machen wir dann für brot ich hatte 21 punkte mit meinem brot verdient sandra 27 punkte verdient ich hatte noch einen bonus mit einem punkt sandra keinen das heißt ich hatte insgesamt das hier müssen natürlich 23 22 punkte sein stimmt schon und sandra 27 punkte so und jetzt schaut man sich an welche von beiden zahlen ist die kleinere bei mir ist das einfach ich habe zweimal 22 das heißt mein endergebnis ist die 22 sandra hatte 29 und 27 punkte 27 ist die kleinere zahl deswegen ist das ihr endergebnis heißt quasi sandra 27 ich habe 22 punkte und damit ist sandra natürlich die gewinnerin also ihr guckt immer bei welcher eurer beiden produkte habt ihr weniger gold verdient und diese beiden werte vergleicht ihr und wer quasi mit dem zweitplatzierten produkt mehr geld verdient hat das ist dann der gewinner der aktuellen partie bier and bread es ist ja schon seltsam wir bekommen in letzter zeit ganz ganz viele richtig geile zwei spieler spiele auf den tisch genauso geschehen bei bier and bread das hatte uns jemand von euch wieder empfohlen wir glauben inzwischen und besehen jede empfehlung die von euch kommt haben uns dieses spiel geholt und mussten es natürlich gleich spielen und dieses spiel macht wirklich alles richtig das fängt an mit der ausstattung dieser doch etwas ungewöhnlich geformte spielplan die einzelnen tokens die einzelnen ressourcen sind alle richtig cool gemachte tokens ob das der hopfen ist oder der rocken ist oder die gerste ist völlig egal alles super gemacht und leicht zu unterscheiden dann geht ja ein bach zwischen unseren dörfern durch auf denen dann das wasser gelegt wird lauter so kleine details die das spiel einfach richtig geil machen die karten sind schön gemacht also es ist wirklich ein dafür dass es ja wirklich keine große schachtel ist wirklich ein wunderschön ausgestattetes spiel was genau diese thematik des brotbackens und bier brauns wirklich cool aufgegriffen hat dann die regeln wir spielen ein reines zwei spieler spiel gegeneinander diese phasen mit den fetten jahren und den schmalen jahren den jahren in denen nicht viel passiert klasse gemacht also da gibt es jahre habt ihr ganz ganz viele ressourcen und das nächste jahr ist halt ein jahr da habt ihr kaum ressourcen und müsst trotzdem klarkommen damit dann das weitergeben der karten gibt auch so ein bisschen eine unberechenbarkeit auch im spiel zu zweit und das beste tatsächlich wisst ihr ja bis zum schluss nicht wer gewonnen hat also natürlich die spieler mit einem fotografischen gedächtnis die werden sich das schon merken können ich kann das nicht ich freue mich immer dass wir am schluss erst zusammenrechnen wer dann am ende der sieger ist und das coole ist ja das ja nicht derjenige gewinnt der in beim bier oder beim brot die meisten punkte hat sondern es wird ja der zweite platz miteinander verglichen das heißt ihr könnt nicht einfach nur boot nur brot backen oder bier braun sondern ihr müsst beides tun klasse geschichte die uns super gut gefallen hat naja und letztendlich kommt das dann alles zusammen zu einem spiel was uns unglaublich viel spaß gemacht hat wie gesagt das ist momentan unser absolutes lieblings zwei spieler spiel und deswegen natürlich eine unbedingte empfehlung von uns für bier and bread und damit vielen herzlichen dank dass ihr auch dieses mal wieder eingeschaltet hat wenn ihr neu auf unseren kanal gestoßen seid vielleicht uns zufällig gefunden habt herzlich willkommen vergesst nicht unseren kanal zu abonnieren und vielleicht sogar die glocke zu klicken damit ihr aktiv informiert werdet wenn es von uns wieder etwas neues gibt und bis zum nächsten mal wünschen wir euch wie immer ein schönes spiel ein